YOLO! Genau, habt ihr jetzt eigentlich da vorne gesehen was ich da jetzt... Wow, Disconnect! Oh! Wollah! Ja, 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 das geht erstmal falsch an hier. LOL! Bist ihr da grad hochgegangen? Eine Barre brauche ich eigentlich nur... What the fuck? So war der Eingang aber vorher nicht gewesen. So, was wollte ich denn jetzt machen eigentlich? Ich hab da schon wieder... Ach, hier Minimum Stone. Hallo. Gold und... Ah... 1, 2, 3, 4... Gold in da middle und äh... Jaja, zum Beispiel. Wolltest du dir das angucken was ich gemacht hab? Ist das richtig? Ne, das ist nicht richtig. So soll das aus. So, jetzt hab ich Minimum Stone. Was kann ich jetzt mit dem Minimum Stone machen? Mit der Mitte, zum Zettel, zum Zack-Zack-Zack oder wie war das? Wir... Ja, und ich brauche mehr, Alter. Ich brauche viel viel mehr. Mit euch auch den macht so viel verrichtigen Spaß. Oh, ja. Ja. Ja, aber mit dem Gold alleine passiert aber nichts, ne? Das wirst du schon. Und wenn du Gold da rein tust, aber du hast glaube, du hast doch 7 Diamanten. Achso, das reicht nicht nur mit einem... Du brauchst allgemein für mich. Mit einem Gold. Du brauchst nämlich, glaube ich, zwei Diamanten, um die Longfallboots zu machen. Alter, 4 voll krass, Alter. Voll konkret, Alter. 4, 4 Gold, Junge, Alter. Weiß bescheuern. Du musst es auch noch speziell noch anordnen. Mein Eventar ist wieder so vollgemüllt mit irgendeinem Trotz, Alter. Das geht einfach nicht. Ne, du musst 4 Stück nämlich haben. 4, 4 Gold musst du da vorhaben. Oh Gott, oh Gott. Sola. Achso, ich wollte Kohledast. Das war es auch, was ich machen wollte. Kohledast, sag mir das doch, dass ich Kohledast machen wollte. Man. Ja, sag mir das doch. Meinst diesmal gar nicht. Sag mir dann, danke. Ja, danke. Ja, nun chill, danke, 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 Anke. So, jetzt ordne ich hier. Alter, ich hab einen Diamanten. Genau, du wolltest Kohledast machen. Ja, ich hab einen Diamanten, Diamanten, Diamanten. Ja, hab ich doch jetzt, äh. Ungerlange. auch sonst noch haben zu uns haben Dornen ich weiß und ich habe die Probe uns nehmen das nicht ganz von Armand das ist voll ekelhaft also immer hier ein Verlust das ist gut dann muss ich nämlich noch mal eben da ist die Dämonen sie in die Zeit haben die Dämonen ja das scheint gleicher geteilt deshalb dann dann ja 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 es läuft alles weiter es läuft alles weiter ach wie war das eigentlich gewesen jetzt wenn es zum beispiel keiner drauf ist produziert die sachen weiter oder soll laufen jetzt muss ich wieder elektronik circuits machen und ich weiß gar nicht wie viele von diesen scheiß dinger extremmaschinen hier ich hoffe dass leck gar nicht wenn man diese extremmaschinen hier aufgestellt haben naja wahrscheinlich noch nicht und jetzt brauche ich ja re-find iron und das ist genital äh genial ja ich brauche mega viel kohle da hast ohne witz jetzt finde ich das gerade nicht ich brauche uva aber dass ich den smarag gefunden habe das ist schon mal genital genital i don't know auch aber hier ist in der ist noch mal diesen tischlose wurden am morgen ihr seid nochmals mit mehr als die wo man den den smart verwenden kann für die hier und produktiv produktiv aber auch nicht gerade wieder so er schon am schlafen soll es so besser ins Bett schon gehen aber ich ich kriege heute irgendwie nichts auf dir weil der watercraft naniert er ist verzweifelt ich bin nämlich so halb schon in richtung bett und ich wollte ein solarpanel machen aber es geht nicht ich denke ich glaube nicht so wie ungespielt machen ich hatte so also eine andere Weilenfolge so mit Glas und Kohle da ist sicher doch das habe ich schon wieder vergessen weil ich machen wollte nein was geht nicht nein Entschuldigung aber warum geht das nicht ja scheiße man das geht ja voll alles kaputt hier bah ist doch voll egal geht das jetzt in einem Restaurant das war ein viel zu wissleit gewesen jap du bist nämlich bei Ultimaten bei Ultimaten das muss doch auch irgendwie ein Kompressor packen wir kommen wir kommen in der Realität oh 4 ja geil Kohle das kann ich machen das kann ich machen oh 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 Hammergeil Hammergeil 1 2 1 2 so dann krieg ich hier eine dann mach ich dann noch gleich eine hinterher 1 2 3 1 so oh jemand 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 hat ein Farzebuch offen Carbon Plate Kompressor verdammt da wird jemand angeschrieben wer ist bei ja aber wenn ich die anderen angeschrieben Markham Markham ich habe manche deaktiviert ich habe manche deaktiviert ich habe mich vergessen also ich erneut das kann mal passieren würde ich sagen ja und ich dachte ich wäre derjenige der einbringst weil ich bin den ganzen Tag ein was kann man schon mal glauben Walter Penn gleiche eine unglaublich als ich habe heute bis zwei Uhr ich wollte gerade sagen ich bin jetzt als er er hat von allen Eilern oder vor allem Prozent zehn Stunden schlafen er merkt er erzielen uns um hier oder wie ja ich bin normalerweise um die 20 Stunden gewöhnt kann mir einer zufällig er sei ließ nicht wie 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 ich sie nicht haben Ah ne, grad nicht. Bingo! Muss ich jetzt ernsthaft in die Wiki gucken? Ja, ich hab auch grad'n Echo. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt ist alles... Ah! 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 Wer hat mich hier? Ah! Angry Zombie, Angry Zombie! Ich hab' nur zwei Arzeln! Ah, ich hab' ihn! Ich hab' ihn alles im Reap aufm sinkenden Chef! So, jetzt hab' ich noch doppelt. Loin! Alter, wie da Schiss gekriegt! Ähm, stopp! Und, 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 und? Und, und, und? Mach' erstmal was anderes! Euch was? Die Power Armour Tinker Table? Power Tinker Armour Table? Was willst du denn damit? Mach' mal ne schöne Hand hier! Erstmal ne Power Armour machen! Ich muss jetzt Silicon Plane machen! Alter, mach' erstmal was anderes! Ich will jetzt zwei Silicon Plane haben! Silicon Cell! Also, das krieg' ich aus Silicon Cell Liquid! Power Armour frisst nämlich Rohstoffe ohne Ende! Oh! Ich hab's! Tank Card! Silicon Cell! Ich brauch' eine Silicon Cell! So! Was, du bist fertig? Zack! So! Silicon Cell! So! Mach' ja schon mal den Eingang so weit fettisch! Liquid Trans... Ja, vielleicht mal da auch wollt, Junge! Äh, wenn ihr euch einer fertig ist, dann mach' ich das! Dann brauch' ich dafür jetzt mal Liquid Transporter oder was? Ach, komm' du mit! Alter, hier brauch' mal so viele Maschinen einfach, um irgend sowas zu kraften, na? Gold und Redstone, Alter, schon wieder das gute Redstone, Alter! Das geht hier flöten, mal gut, ich hab's viel mitgenommen! Ich sollte langsam echt, äh, glaub' ich mal... Ja! Ja, weiß' Bescheid, ne? Wer's kann! Ja, was willst du denn? Ich hab' hier mega viel Redstone! Maschinenblock... Warst du schon der Redstone gefreiten? Mein, steht das, oder was? Du fahr' mir grad auch! Mein Inventor ist mega voll gerade, aber... Ey, das Problem ist, ich will die ganze Zeit... Und dann rast dich richtig aus, dann geht's richtig ab hier! Wo richtig krass am Hausbau und nur dranbleibe, ey! Ich bin schon wieder alles Andere am Machen! Ja, ich meinte das! Ja... Dann mal los! Ne, lieber nicht! Iron Ingold! Hab' ich... Alter, ich kack gleich im Teich, ey! Alter, ihr seid so... Ihr seid so ekelhaft, so ekelhaft, so ekelhaft! Möchte ich aber nicht da drin schwimmen, ne? Ne, da schwimmt der Landwirt schon drin! So, das war's dies und das war das! Boah! Ich weiß gar nicht, was kann ich schon direkt mit dem Scheiß, brauche ich eh nicht mehr! Ich bin ja gemein hier heutzutage! Coppa Ingold! Coppa hab' ich auch noch hier, ne? Coppa, und da hab' ich bestimmt noch irgendwo Coppa! Das mach' mal ja anders! Boah! Coppa Ingold! Mmmmm! Bei mir und am Haus, genau! Bei mir und am Haus! Da hast du gar... Da hast du gar nix verloren! Na, sieht doch schon mal noch was aus hier! Gefällt nix! So! Alter, jetzt ist, glaub' ich, meine Festplatte gleich wieder am Anschlag! Schätze ich! Boah! Ja! Ja! Aber sowas fand ich... Oh mein Gott, dann heißt es ja Gefängnis! Dann heißt es ja Gefängnis! Rockensumpfgefängnis! Ich hab grad voll laggy hier! Ja? Hat noch irgendwie einer Lapis für mich? Nee, ich glaub nicht! Ich hatte vier Lapis gehabt! Hattest du's mal im Kurzfahrt rüberbringen und vorher ins Bett hüpfen? Alter, ich guck mal, ey! So! Ich guck mal, ey! Ja, tödlich der Wauer, der kann immer nicht hier! Ja, der kann immer nicht! Nee, Alter, ist noch voll alles im Grünen! Nein, da ist noch alles voll im Grünen! So! Da war wohl nur Feed the Beast ein bisschen laggy! Aber ist immer noch gerade, irgendwie ist hier... Also ich hab' keine Legs! Nicht? Schlafenzeit! Ja, Sekunde, ich muss da gerade Wasser holen! Ich muss doch baden gehen, ich stinke! Ja, du möchtest das Gras aus Spaß, oder wie war das? Ja, bestimmt! So, was war... Mein Creeper kam herbei! Zerteilt! Zerteilt! Äh, Bronze, Copper Ingoth, hab' ich doch! Copper Ingoth, Copper Ingoth, Copper Ingoth! Lalalalalala! Okay! Ach, ihr schlaft! Ja, 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 ja! Ich komm jetzt nicht her! Ja, ja, genau! Du sollst ihm da reinhüppen! Du sollst reinhüppen! Ja, ist ja, ist ja gut, Alter! Denk zwar nicht, dass das Bett einbrechen tut, ne? Ja, ja! Nee, Alter, alles voll, voll gut! Aber, was richtig schlimm ist, wenn man zu viel baut, vergisst man was zu essen! Ähm, hast du wegen Lapis geguckt, Bauer? Ich hab Lapis! Ja, ich komm eben kurz rüber und hol mir eben was! Ja, mach das doch! Jo, mach mal ganz kurz 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 ausgucken! Alter, schlimm! Ich fühl grad mal ne Augenringe! Bah! Mal gut, du hast keine Facecam, Mann, wa? Nee, sei froh! Ja, ich bin auch so ne hohle Bratze, ey! Ohne Witz! Ach, ne oben! Nee, ich bin hier oben! Ja, oder? Ich glaub, ich hab hier oben reingetan! Sollte so sein, also! Ich sehe euch! Bah! Jawoll, Liquid Transporter! Ja, 13 Stück! Wie viel darf ich mehr wegnehmen? Und wie viel brauchst du denn? Äh, warte, ich guck mal eben kurz... Ich brauch zwei! Ja, dann nimm dir mal! Gönn dir! Na, nimm mal so fünf Stück weg! Ja, brauch ich nur mal irgendwann wieder! Vorsitzarisch! Was für bald meine Liste schreiben, wie ich was ausgeliehen hab! So, so, so weit ist er schon! Ja, meine Liste, das könnte richtig lang sein! Wenn du dir hier mal meine Maschinen alle anguckst, ey! Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist unnormal! Ich komm auch noch mal vorbei! Das ist unnormal! Das ist unnormal! Das wird noch viel mehr! Ey, aber, ey, ohne Witz! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Geräte hab ich jetzt hier mittlerweile stehen! Das ist ja noch harmlos! Alter! Was sagt der eigentlich da, wo das Filmportal jetzt hinkommt? Ja... Äh, ich guck's mir, der Mann! Läuft! Läuft? Ja, keine Ahnung! Ich find da eigentlich, ich find da eigentlich einen gescheiten Platz! Hey, ich hab gerade nicht geguckt! Entschuldigung, was? So, da hab ich noch einen Slot frei jetzt! Dann pack ich das mal rein! Roten Flash! Ender Pearl! Hier hab ich doch noch irgend so'n Zombie-Brain von gehabt, ne? Ne, doch nicht mehr! Was glaubst du dir schon wieder? Gar nix! Ich guck hier nur! Ich gucke deine Maschinen nach! Ach, dann fehlte da eh! Boah, hab ich nicht verpeilt! Nestorator, Extraktor, Geothemar, das findet das eigentlich hier aus einem immer noch! Der Kompressor! Oh, ein Elektrofilme! Und der Pulverweiser muss mit Engine betrieben werden! Ach, hier hab ich auch noch Iron drin, ne? Ich bin so durch! Hier hab ich auch noch Gold drinnen ohne Ende! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Der Lidl-Transporter, der ganz hinten in die Ecke steht, der muss auch mit Engine betrieben werden! Seh ich grad! Der was? Das Ding, was du da hinten versucht anzuschließen hast! Ja! Das muss auch mit Engine betrieben werden! Ach so, ja, ich hab ja ne Engine, ne Redstone Engine! Ja, dann passt der doch! Ja, die stell ich da jetzt einfach ran und dann ist gut! Alter, jetzt hast du meine Copper Cable eingesammelt! Oh! Sorry! Zwei Stück! Aber wenn das überhaupt läuft! Wenn das vom Stuhl mir ausreicht! Ja, erstmal laufen lassen und dann kannst du morgen da Sachen reinballern! So gesehen! Das testen wir jetzt mal, warte! Musst du mal eben gucken, was ich hier in meine Box reinpacke hier! Weil mein Inventar schon wieder so mega voll ist! Ah, kenn ich irgendwoher! So, da kommt jetzt ein Einmalwasser rein, ne? So! So, wo muss ich jetzt den nächsten D&D Engine hinbauen? Ah ja, weil ich gestern so ein bisschen vergessen hab, ich mir mal gestern noch Schilder noch zu setzen! Die hab ich nämlich vorhin dran gemacht! Ja! Hier, glaub ich, muss die hin, ne? Ich geh nochmal runter! Ich geh nochmal in den Dungeon! Mach dit! Gucken, was ich da noch so finde! Die Zuschauer werden sich wahrscheinlich jetzt wieder aufregen! Weil, da war ich so gesehen fast immer! Na, mein Gott, das ist am Anfang so, ne? Ja, später hat man Julio Metter und dann geht man nicht mehr aus dem Haus! Ja! Und dann, wenn man rausgeht... Oh, dich gibt es ja auch noch! Ja, richtig, jetzt! Oh, geil! Also, Energy Store geht! Jetzt brauch ich nur noch Power! Jetzt muss ich hier nur noch irgendwie das Wasser reinkriegen! Also, du kannst das Ding das Wasser nicht reichen, oder wie war das? Äh, wie krieg ich denn das Wasser in die Maschine rein jetzt hier? Hallo erstmal? Ich weiß ja gar nicht! Hallo erstmal! Ich weiß gar nicht, ob sie's wussten! Ich muss das jetzt, ich muss das jetzt in dieser Folge noch schaffen! So, wie war das jetzt? Ich muss, äh, Silicon, Silicon, Silicon Plate, Silicon Cell. So, das heißt, ich muss erstmal ne Empty Cell machen, das mach ich mit Zinnohr. Okay, das geht ja ganz gut. Eins, zwei, eins, zwei, zack, Empty Cell. Sehr schön. Wie lange nehmen wir jetzt eigentlich schon auf? Oh, ne Stunde und zwanzig gleich. Ja, dann hör mal da ja auf, würde ich sagen. Ja, find ich auch. Nicht so viel im Voraus zu produzieren, das kommt dann auch nicht so gut bei den Leuten an. Ne, ne. Das ist wohl so. So wie, hä 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 hä. Aber ich würd sagen, wir haben auch viel geschafft auch. Ich hab mega viel gerade geschafft, Silicon. Ja gut, ich hab jetzt auch ein bisschen was geschafft, ne. Guck mal, ich hab jetzt Geothermal-Generator gecraftet und Elektrik-Förnis, ne. Der läuft auch bei dir, ich weiß gar nicht, was du willst. Hab auch zwar ein bisschen was geschafft und ein bisschen... So. Und Elektrik-Jetpack hab ich gecraftet. Ah, guck. Alter, dieses Nikolai sollten die mal entfernen, das braucht doch sowieso keinen Schwanz einer. Wo, 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 wo gibt es denn Liquid Silicon? Wo kann man das denn kriegen? Weiß das gerade jemand? Äh, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Nicht aus dem Kopf. Ist das Öl oder sowas? Öl, glaub ich, eher nicht. Äh, jetzt hab ich da Nading ausgeblendet. Weiß einer mit welcher Taste man da einblendet? Welches? Dieses, äh, no enough items. Mit i, glaub ich. Mit i? Ja. Glaub ich auch. Ne. Doch, Höhe 11. Doch, sollte aber eigentlich. Ah, jetzt hab ich wieder. Das könnte man ja schon fassen, das tut meinig schon bei außen, aber wir haben noch kein Redstone und nix so weiter. Boah, ich brauche ein Silicon. Ich bin betant. Wo kriege ich diesen Scheiß her? Ohne Witz. Silicon, Diamonds, Iron, alles klar. Ja. Hat jemand zufällig gerade noch einen Browser im Hintergrund offen, weil ich hab den gerade nämlich nicht mehr offen. Mh. Scheiße. Was, was brauchst du denn? Silicone. 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 Mh. 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 Wie kriege ich Silikon her, ey? Das muss aber irgendwas ganz normales sein, weil ich kann ja das irgendwie nicht... Aua, Craft. Silikon. Ja, wie kriege ich Silikon? So, Leute, ich würde da mal sagen, also, dass wir jetzt hier die Aufnahme beenden, denn sehen die Leute das im nächsten Part bei dir. Alter, das ist natürlich... Jo, warte, ich switch hier noch eben kurz auf. Tschüss. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen heute rein, Leute. Und schönen Daumen nach oben kloppen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen heute rein. Bis zur nächsten Folge. Ciao.